Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollen wir uns jetzt dem Thema Stock-Footage widmen. Ich mache jetzt Stock-Footage seit ein paar Jahren und ja, jetzt in jüngster Zeit durch AI und ja, diese neue Technologie eben, fragt man sich schon, ist Stock-Footage in der Zukunft noch ein Thema? Dazu aber später mehr, vielleicht erst mal so als Überblick für alle, die es jetzt noch nicht wissen. Was ich jetzt nicht glaube, was ist eigentlich Stock-Footage? Stock-Footage ist vorgefertigtes Material, das man eben auf unterschiedlichen Plattformen kaufen kann. Also wenn man jetzt ein Cutter ist und man braucht irgendwie einen Clip, einen bestimmten, dann kann man eben auf eine Stock-Footage-Plattform gehen und sich den gewünschten Clip kaufen. Natürlich kann man auch komplette Videos aus Stock-Material bauen. Und das mache ich teilweise auch eben jetzt gerade bei so Unternehmenspräsentationen, also viel auch im internen Bereich, also in der internen Unternehmenskommunikation wird sehr, sehr viel mit Stock-Footage gearbeitet. Auch weil man nicht für jedes Projekt extra neue Material selber produzieren kann. Also wir alle wissen, der Bedarf an Bewegtbild ist sehr exorbitant gestiegen die letzten Jahre, aber die Budgets sind nicht unbedingt gestiegen. Also früher hat es ja oft ausgereicht bei einer Präsentation, wenn man eben Text und Fotos verwendet hat, vielleicht auch nur Text, aber mittlerweile ist ja wirklich der Bedarf an Bewegtbild sehr, sehr hoch und deswegen braucht man oft für diese Präsentation eben auch Bewegtbild und dann eben ja Texte drauf animieren und an sich sind diese Präsentationen, also zumindest die, die ich oft irgendwie mache, eher so, ja, bewegte Animationen. Also wir haben eben Video und auf diesem Video werden über Texte oder Grafiken oder sowas werden halt Inhalte transportiert. Teilweise dann eben nochmal mit Sprecher oder ohne. Also das ist ganz unterschiedlich. Und ja, daher braucht man eigentlich viel Stock-Footage und als jemand, der eben selbst auch teilweise Stock-Footage kaufen muss, weiß ich eben, auf was es so ankommt beim Thema Stock-Footage. Und es können ganz unterschiedliche Kriterien sein. Das ist manchmal sehr, sehr, also teilweise ist es wirklich so, dass man einen Clip braucht, der so spezifisch ist, dass man sich auf den Seiten, ja, einen Wolf sucht und dann manchmal war es auch wirklich so, dass ich dann etwas schnell selbst gedreht habe irgendwie und da ist, glaube ich, auch so die Stärke von Stock-Footage. Also klar, es gibt diese generischen Sachen, diese sehr, sehr generischen Sachen, also irgendwie, man weiß ja irgendwie Teambuilding und dann sieht man irgendwie eine Gruppe von unterschiedlichsten Personen an einem Tisch sitzen und lachen. Klar, aber es gibt auch sehr, sehr spezielle Sachen, wie jetzt, ja, zum Beispiel eine Spritze aus einem kleinen Reagenzglas aufziehen mit blauer Flüssigkeit und es dann, also keine Ahnung, irgendwie, ja, also könnt ihr euch selber überlegen, sehr, sehr spezielle Dinge. Und teilweise diese speziellen Dinge, das ist auch wirklich, wo man heute auch noch Geld mit Stock-Footage verdienen kann. Teilweise ist der Markt natürlich sehr, sehr übersättigt, auch, ja, weil sehr, sehr viele natürlich sehr, sehr früh damit angefangen haben. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viel mittelmäßiges Material. Und hier ist auch ein Tipp von mir, also mit hochwertigem Material kann man immer noch herausstechen aus der Masse und eben Geld verdienen. Ja, jetzt ist die Frage, was ist denn hochwertiges Material? Das ist ein bisschen schwierig, weil für jeden ist es so ein bisschen unterschiedlich. Also ich würde sagen, es ist sehr bewusst gedrehtes Material. Es ist hochwertig, weil es eine, ja, hohe Auflösung hat. Es ist im Moment leider so, dass die Auflösung natürlich immer höher wird. Wo jetzt vor ein paar Jahren noch Full-HD irgendwie top war, wird es halt jetzt langsam 4K. Obwohl ich sagen muss, dass ein Großteil von dem Material, was bei mir verkauft wird, Full-HD ist. Und was ich selber eben kaufe, auch Full-HD ist. Also nur weil man jetzt keine 4K-Kamera hat, heißt es nicht, dass man jetzt kein Stock-Footage produzieren kann. Als nächstes Kriterium ist es auch wirklich bewusste, ja, Bildgestaltungsparameter. Also alles, was irgendwie bei der Bildgestaltung, sei es jetzt Drittelregel oder Goldner Schnitt oder Symmetrie ist, was da eingehalten wird. Also die Bilder müssen eben ansprechend sein. Die Kamerabewegung muss ansprechend sein, wenn es eine Kamerabewegung gibt. Also keine Ruckler, smoothen Bewegungen, wenn es jetzt mit dem Gimbal wäre. Die, ja, an sich alles, was man sich so vorstellen kann. Es darf nicht dieses Mikrozittern sein, obwohl man das teilweise auch, also ich würde es nicht generell ausschließen, wenn es zum Clip passt. Das ist eben die Sache immer bei diesem hochwertigen Material. Es muss eben zu dem gezeigten Material passen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen, sagen wir mal, Blumenstrauß bindet. Das ist ja irgendwie so eine ganz bewusste Tätigkeit. Man überlegt sich das ja, das kommt dahin, die Blume kommt dahin. Dann würde es nicht passen, meiner Meinung nach, wenn es jetzt eine komplett verwackelte, verzitterte Kamera ist. Also das wäre vielleicht eher sowas wie mit einem Slider oder mit einem Gimbal oder vielleicht auch nur ganz statisch mit einem Stativ. Also es muss ja nicht auch immer bewegt sein. Wohingegen, wenn jetzt ein anderer Shot jemand rennt, sei es jetzt Joggen oder macht ein krasses Workout, dann kann es natürlich sein, dass man natürlich Handheld und recht dynamisch an die Sache rangeht. Es gibt aber natürlich einen Unterschied zwischen verwackeltem Handheld-Footage mit einer größeren Kamera und verwackeltem Handheld-Footage mit einem Handy. Also beim Handy müsst ihr euch vorstellen, das wiegt nichts. Also da werden alle kleinen Mikrozitterer, die man an sich immer hat, weil man halt einfach ein Mensch ist, werden natürlich in das Material mit aufgenommen. Und das kann teilweise eben dann so ein bisschen minderwertiger aussehen. Deswegen muss man sich halt überlegen, was dreht man jetzt und wie dreht man es jetzt? Ein weiteres Kriterium ist natürlich das Licht, was forscht in der ganzen Szenerie. Das muss natürlich auch alles irgendwie passen. Und da merkt man dann schon so ein bisschen, teilweise muss man an Stock-Footage sehr, sehr geplant herangehen. Also gerade jetzt bei Naturaufnahmen oder sowas, dass man dann so überlegt, okay, wann ist das Licht jetzt hier am schönsten? Natürlich gibt es auch diese spontanen Drehs, wo man dann einfach mal schnell rausgeht. Aber ich habe festgestellt, wenn man deutlich mehr Planung und halt bewusstes Drehen herangeht an die Sache, dass die Sachen sich auch wirklich besser verkaufen. Ich habe natürlich auch Clips in meinem Portfolio, wo wirklich teilweise random gedreht wurden und die aber gerade zu so einem bestimmten Suchbegriff gepasst haben. Also das ist teilweise sowas, wenn es jetzt irgendwelche, ja sag ich mal, lokalen vielleicht Festivitäten bei euch gibt oder irgendwas ganz, ganz Lokales, was nur bei euch ist, das ist sehr, sehr spezifisch. Und da kann es dann teilweise auch sein, dass jemand genau das Material so braucht. Und dann macht es auch wirklich mal Sinn, es einfach so mitzunehmen. Besser ist natürlich, wenn man dann auch nochmal die optimale Qualität hat. So, jetzt vielleicht noch ein Punkt zur Technik. Da habe ich ja gerade schon ein bisschen was dazu gesagt. Also mittlerweile, die Handys sind ja teilweise so gut, dass man eben auch Stock-Footage mit dem Handy aufnehmen kann. Das macht es natürlich sehr einfach, weil man ja in der Regel sein Handy eigentlich immer dabei hat. Man muss aber wirklich auch darauf aufpassen, wie gerade schon gesagt, man hat halt eben diese Mikrozitre drin, weil das Handy sehr leicht ist. Also ich mache es dann teilweise so, dass ich mich halt irgendwo anlehne oder das Handy irgendwo drauf abstelle. Aber es ist teilweise wirklich eine Herausforderung, da sehr, sehr hochwertiges Material zu bekommen. Aber keine Frage, das geht auf jeden Fall. Ich würde generell empfehlen, aber irgendwie eine bisschen bessere Kamera zu nehmen. Sei es jetzt eine spiegellose Systemkamera oder Cinemakamera, weil man einfach nochmal mehr Qualität hat immer noch. Also das Smartphone hat immer noch eine bestimmte Ästhetik. Der Sensor ist einfach sehr, sehr klein. Klar, man kann irgendwie Sachen simulieren, aber gerade bei diesem simulierten, also gerade beim Handy, bei der simulierten Unschärfe, also der Tiefenunschärfe, hat man halt immer noch diese krassen Artefakte, gerade bei den Haaren oder irgendwie sowas. Das Smartphone nicht genau weiß, was soll jetzt unscharf sein oder nicht. Klar, die können mit der LiDAR eine Depth-Map von dem Gesicht machen und dann ungefähr wissen, das ist näher, das ist weiter hinten. Aber, ja, dann geht vielleicht ein Haar doch weiter vorne und dann ist das doch, also ist es manchmal ein bisschen komisch, was dann die Software mit der Unschärfe macht. Und da ist einfach eine echte Kamera, ich sage jetzt bewusst echt, mit einer echten Optik, die eine echte Unschärfe produziert, deutlich, deutlich besser. Und dann könnt ihr euch überlegen, was man eben braucht an dem Material. Ich sehe es immer so, ich versuche wirklich mit der höchsten Qualität aufzuzeichnen, was die Kamera hergibt. Also heißt jetzt bei mir, wenn ich es mit der RED aufzeichne, 6K RAW und wenn ich es mit der Blackmagic aufzeichne, ein 4K RAW. Das macht es natürlich deutlich aufwendiger alles, also man produziert deutlich, deutlich mehr Daten, aber man hat auch ein besseres Material. Das ist wirklich ausschlaggebend und teilweise brauche ich ja das Stock-Footage auch für meine eigenen Projekte und da freue ich mich, wenn ich dann eben, ja, die höchste Qualität habe, die es halt irgendwie gibt, weil ich dann doch vielleicht bei meinem 4K-Material ein bisschen ranzoomen will oder sowas. Oder weil ich die, ja, diese höchste Farbinformation brauche, wenn ich dann doch nochmal ein bisschen was mit der Farbkorrektur machen will. Und also ich würde euch empfehlen, das mit einer, ja, mit einer Systemkamera zu machen. Das kann ja auch die Blackmagic Pocket 4K sein. Die Kamera gibt es mittlerweile für unter 1000 Euro und ihr bekommt hier wirklich eine hervorragende Kamera für Stock-Footage. Ich habe da auch schon mehrere Blogartikel darüber geschrieben und ja, da könnt ihr auch euch einlesen und mal die Kamera so richtig kennenlernen. Aber das ist wirklich ein Teil, die ist schon ein paar Jahre alt, aber qualitätsmäßig meiner Meinung nach immer noch top. Also da kommen auch teilweise aktuelle Sonys nicht ran bei der Bildqualität. Slowmotion ist hier eine andere Geschichte, aber die Pocket kann zumindest ein 2K 120 Frames Slowmotion machen. Also es ist teilweise auch mehr als genug oft. So, jetzt haben wir uns zur Technik ein bisschen was angeschaut. Ihr müsst das Material natürlich dann auch bearbeiten am Rechner, die Farbkorrektur machen. Das ist auch immer so ein Thema bei diesen Stock-Footage-Plattformen. Da gibt es unterschiedliche. In meinem Kurs zum Stock-Footage erkläre ich das auch ein bisschen genauer, aber teilweise soll man eben Rech709-Material hochladen. Teilweise gibt es Plattformen, wo man eben sein Log-Material hochladen kann. Das ist so, also für die größeren Plattformen gilt immer Rech709 und bei den kleineren, mehr ausgewählten Plattformen kann man eben Log-Footage hochladen. Heißt, man muss aber auch das Material korrigieren. Also ich mache eine normale Rech709-Konvertierung und passe dann teilweise eben noch so ein bisschen die Belichtung an. Teilweise empfehlen die Plattformen eben auch einen sehr, sehr neutralen Look zu haben, weil man das Material dann eben besser nochmal nachbearbeiten kann. Also das ist optimaler für den Käufer eben. Ja, dann müsst ihr das Material eben exportieren. Bei dem Export auch darauf achten, dass die Benennung gut ist. Also ich mache meistens eben die Tätigkeit, was es eben ist, das Stock-Footage, oder was es eben war, die Auflösung und die Bilder pro Sekunde. So hat man eben auch nochmal so ein bisschen eine Übersicht, wenn man sich das Material dann irgendwann mal später auf der Festplatte anschaut. Ah, was ist das denn überhaupt, was war das? Also auf gar keinen Fall würde ich da irgendwie die Clip-Nummerierung von der Kamera nehmen. Da verliert man dann doch schnell den Überblick. Ja, dann muss man das Material eben hochladen bei den Plattformen. Und dann geht nochmal eine Arbeit los. Man muss das ganze Material eben betiteln. Also man muss Titel finden, man muss es beschreiben, was passiert eben. Und man muss Schlagwörter setzen, die sogenannten Tags. Und das ist auch nochmal eine Arbeit, die man auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Hier legt man auch so den Grundstein für viele Verkäufe fest, weil wenn das Material nicht gefunden wird durch schlechte Tags oder schlechte Beschreibungen, dann bringt euch das überhaupt nichts. Dann habt ihr euch die ganze Mühe umsonst gemacht. Die Schlagworte müssen wirklich gut sein. Da gibt es auch Tools, die euch helfen dabei. Die Beschreibung muss gut sein. Und ihr müsst euch selber immer in die Rolle des Käufers versetzen. Wie würde er nach diesem Material suchen? Also das Tagging und die Beschreibung ist wirklich ein essentieller Teil für Stock Footage. Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, jetzt gibt es ja das Thema AI. Es wurden ja teilweise jetzt eben Video-KI-Modelle vorgestellt, Zora zum Beispiel, die an sich in der Theorie bald Stock Footage produzieren können. Jetzt ist dann die Frage, sollte man als Produzent von Stock Footage jetzt einfach aufhören, weil man eben ja keine Chance gegen AI hat? Oder sollte man vielleicht gerade jetzt einsteigen, weil AI auch nicht die Lösung für alles hier ist? Also was ja auch schon wieder aufkam, dass teilweise bei diesen Zora-Vorstellungen Material nochmal händisch manipuliert wurde. Also es kam nicht eindeutig so aus dieser Engine raus, sondern da wurde teilweise eben nochmal von Hand rotoskopiert. Also die Video-KI ist an sich noch nicht so weit, wie sie es vorgeben. Das ist natürlich auch Marketing. Dass da was kommt, ist natürlich ganz klar. Was dann aber damit passiert, ist noch nicht so ganz klar. Gibt es vielleicht irgendwann mal, ja, krasse Reglementierungen? Gibt es neue Häkchen, die man zum Beispiel bei Stock Footage Plattformen setzen muss, dass das KI generiert ist? Möchte man als Käufer KI generiertes Material? Möchte man als Plattform generell KI generiertes Material haben? Teilweise haben es die Plattformen natürlich jetzt schon. Aber ich glaube, es wird in Zukunft parallel nebenher existieren. Und gerade jetzt ist es, glaube ich, wichtig, wirklich menschengemachtes Material zu haben und zu produzieren. Weil bei KI ist halt auch immer das Thema, je besser diese Engines werden, desto generischer werden sie. Ich habe relativ lang mit Journey verwendet. Die erste Version, zweite Version, da waren wirklich, wo man sich gedacht hat, hey, das sind, also die Bilder sahen komplett unrealistisch aus, aber da war irgendwas, also die hatten einen eigenen Stil, das war irgendwie was Besonderes. Mittlerweile, wenn man ganz normale Prompts einsetzt, dann sehen die Bilder super generisch langweilig aus. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wir werden überflutet werden mit solchen Bildern. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade diese realen Sachen, die vielleicht nicht ganz perfekt sind. Ich glaube, das hat in der Zukunft immer noch einen Wert. Also dieses, ja wirklich menschengemachte Footage einfach. Wie gesagt, also wenn man generische Stock-Footage produziert, da hat man vielleicht so ein bisschen Probleme. Aber dieses ganz, ganz spezifische Material, was, wo sich wahrscheinlich eine KI schwer tut irgendwie, allein durch den Algorithmus, weil ja irgendwie alles mit gausche Glockenverteilung, irgendwie alles so vereinheitlicht. Also jetzt ist, glaube ich, noch ein guter Zeitpunkt, da eben einzusteigen bei der Produktion von Stock-Footage. Und wenn ich komplett falsch liege und AI oder KI alles überrennt in den nächsten ein, zwei Jahren, mit was Stock-Footage angeht, dann habt ihr trotzdem euch beschäftigt mit, ja, Footage planen. Also vielleicht müsst ihr irgendwas organisieren, Models oder Location oder irgendwie sowas. Dann habt ihr euch mit dem Dreh beschäftigt. Ihr habt es gedreht. Ihr seid irgendwo rausgegangen. Ihr wart an der frischen Luft. Ihr habt das gemacht. Ihr habt das Material geschnitten. Ihr habt die Farbe korrigiert. Ihr habt es hochgelernen. Also ihr habt einen kompletten Prozess durchgemacht, der euch bei eurem Filmemachen weiterhilft. Also das ist ja, es gibt ja eigentlich nichts Besseres als diese Übung. Oft ist es ja wirklich so, weil wir in dieser Branche arbeiten, haben wir oft, ja, teilweise Wochen oder Monate zwischen den, ja, Produktionen, wo man hat, weil man eben viel plant, viel konzeptioniert und dann Dreh, fünf Tage und dann Post. Also teilweise sind diese Intervalle halt eben sehr lang. Natürlich hat man auch wöchentlich Drehs, aber, ja, man kann ja teilweise diese Leerlaufzeit, die man hat, mit seiner Arbeit füllen, also mit seiner eigentlichen Arbeit. Anstatt, dass man irgendwie dann, ja, auf Social Media ewig lang doomscrollt und irgendwann am Ende vom Tag gar nicht weiß, was man getan hat, ja, dann geht man halt lieber raus in die Natur und filmt halt was. Also, für mich gibt es eigentlich nur, ja, einen positiven Aspekt dabei. Ja, und wir können das Thema natürlich gerne weiter in den Kommentaren diskutieren. Würde mich wirklich interessieren, wie da so die Meinung von allen ist, also gerade auch zum Thema KI. Ich möchte zu KI auch nochmal ein längeres Video machen. Das geht mir jetzt auch schon länger im Kopf rum und, ja, das ist, das wird vielleicht auch wieder ein bisschen länger, aber wie ihr wisst, meine Videos sind teilweise einfach auch etwas länger. Ja, aber dieses Thema braucht halt einfach auch teilweise die Länge, weil es halt auch nicht so oberflächlich behandelt werden kann. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.